Wie erkenne ich erfolgsversprechende Wertpapiere? Eine Methode, um erfolgsversprechende Wertpapiere zu erkennen, ist die Fundamentalanalyse. Dabei werden fundamental wichtige Unternehmenswerte angeschaut, um ein Wertpapier zu bewerten. Es wird versucht, durch die Analyse betriebswirtschaftlicher Kennzahlen den angemessenen Preis für ein Wertpapier zu bestimmen. Liegt der Preis, für den das Wertpapier an der Börse gehandelt wird, unter diesem inneren Wert, ergibt sich eine Kaufgelegenheit. Wichtige Kennzahlen für die Fundamentalanalyse sind der Umsatz, der Gewinn, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das erwartete Wachstum und mögliche Erträge von alternativen Investments. Das Gegenstück zur Fundamentalanalyse ist die Chartanalyse. Dabei wird versucht, durch eine Analyse des historischen Verlaufs des Aktienkurses die zukünftige Kursentwicklung einzuschätzen. Die fundamentalen Daten eines Unternehmens werden bei der Chartanalyse ignoriert. Die Basis für die Kauf- oder Verkaufsentscheidung wird anhand von erkannten Trends des Kursverlaufs festgemacht.